Darth Vader Wie viele? Eine Menge. Ich glaube, es gab nicht einen eurer Blitze, der nicht von Meister Windu's Laserschwert abgeblockt und direkt zurück in euer Gesicht geschleudert wurde. Und du hast nur da gesessen und zugesehen? Oh, auf die dunkle Seite zu wechseln war eine ziemlich schwere Entscheidung. Oh mein Gott, mein Gesicht sieht aus wie ein verschrumpelter Hodensack. Wie soll ich mich jetzt nennen? Darth Syphilis? Hättest du dich fünf Sekunden früher entschieden, könnten wir jetzt gemeinsam die Galaxis beherrschen und vielleicht hätte ich dann vor meinem Tod nochmal Sex gehabt. Ich verstehe, ihr seid verärgert. Ich gehe da mal die Jünglinge abschlachten. Was auch immer. Weiter geht's auf Erdalswimm.de